Hey Leute, hier ist Sebastian und willkommen zu einer weiteren FIFOX HomeLab Challenge. Heute geht es um Resonanz in wassergefüllten Gläsern. Für diese Challenge braucht ihr ein Smartphone mit FIFOX und ein möglichst schmales und hohes Glas mit steilen Wänden. Also lieber wie diese Vase hier, als dieses Wasserglas. Öffnet einfach FIFOX, wählt Audiospektrum, wechselt auf Verlauf und startet eure Messung. Nun müsst ihr mit eurem Glas einen Wasserhahn in einer ruhigen Umgebung finden. Stellt den Wasserhahn so ein, dass er euer Glas langsam füllt und lasst das Wasser deutlich hörbar in euer Glas plätschern. Im Audiospektrum könnt ihr jetzt die Frequenz, also die Tonhöhe des dabei erzeugten Geräuschs verfolgen. Das war's auch schon. Was seht ihr dabei? Steigt die Frequenz als gerade an oder hat sie einen anderen Verlauf? Schickt uns euer Ergebnis, Bilder und Videos von eurem Aufbau unter dem Hashtag HomeLab Challenge über Twitter oder Facebook. In ein paar Tagen werden wir ein Follow-up-Video machen und die Ergebnisse diskutieren. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald! Bis bald!